Das Wochenende steht drohend bevor. Wir hatten heute Verfallstag bzw. haben ihn ja noch. Der DAX, der ist zwar schon mehr oder weniger durch, da ist nicht mehr so arg viel zu erwarten. Amerika hat aber noch ein bisschen was vor sich und sogar, wie ich finde, eine interessante Situation, die vielleicht den Markt gleich nochmal in eine Entscheidung zwingt, sozusagen. Nämlich, ist es jetzt wirklich das bullische Bild oder bleibt es doch eher bei dem bärischen? Wir sehen es hier schon eingezeichnet im 5-Minuten-Chart. Das ist der Dow Jones Future. Nicht wundern, wegen des Kürzels Dow Jones also hier quasi. Und wir sehen, diese Bewegung bis jetzt hat alles für eine ABC-Korrektur. Und jetzt wird es spannend, weil ich ja immer sage, ABC ist korrektiv. Jetzt darf man nicht sagen, oh, das ist ABC korrektiv. Ich muss also jetzt definitiv auf die Short-Seite wechseln. Nein, er kann ja auch an dieser Stelle weiterlaufen und dann wird das dann irgendwann, ah nee, ist doch ein Fünfweller geworden. Ja, sieht man erst im Nachhinein. Das ist ja ein Vorwurf, den man häufig in diesem Zusammenhang hört. Wir fassen das Ganze ein bisschen anders auf, zumindest mal in der Umsetzung. Nämlich, ich weiß noch nicht, ob das passiert oder ob das passiert. Ich weiß aber, es wird möglicherweise oder recht realistisch im Umfeld dieser Marke passieren. Dafür spricht zumindest mal einiges. Einige nehmen hier sicherlich den Trendkanal. Andere sagen, es ist alles Tinnif. Es sind die Unterstützungsmarken, die dann zum Widerstand werden. Das sind alles so kleine Argumente, die hier an dieser Stelle jetzt entscheidend sein werden. Das heißt, ob wir dieses Bild bekommen oder das, weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auf der Welt, bis auf die Partys jetzt schon wissen. Aber ich weiß, hier wird jetzt gerungen. Hier wird jetzt das Ganze entschieden. Wie gehen wir als Händler jetzt mit der Situation um? Denn das ist ja die alles entscheidende Frage. Wo es sich dreht oder wo es entschieden wird, ist ja das eine. Aber was mache ich jetzt als Händler mit dieser Situation? Und das ist eigentlich relativ einfach. Wir gucken jetzt hier unter der Lupe, also sprich im 5-Minuten-Chart können wir ruhig bleiben in dem Moment, ob der Kurs, wenn er hier überhaupt runterkommt, eher korrektiv ist. So ähnlich wie das, was wir hier haben. Dann spricht sehr vieles für nochmal eine Fortsetzung. Das ist zwar noch nicht der Riesenwurf, aber zumindest schon mal ein Verlassen dieser Unterstützungs- bzw. falsch. Eigentlich Widerstandszone hier in diesem Fall. Und wenn er die erstmal verlassen hat, dann auch wieder für das größere Korrektur kommt, dann ist es sehr realistisch, dass da noch mehr Potenzial ist. Dann hätten wir dieses Verlaufsverhalten als eine Art Frühindikation, dass der Markt durchaus nochmal mehr will. Die Gegenseite wäre, wenn der Markt jetzt eben nicht so nach unten kommt, sondern dass der Markt so nach unten kommt. Das muss noch nicht mal so arg lang sein. Es geht gar nicht so sehr um die Länge, sondern es geht darum, dass das eben eine Bewegung ist, die in einem Schritt eben passiert. Und wer jetzt sagt, völlig zu Recht, ja, aber das hatten wir doch hier auch beispielsweise schon mal. Ja, das stimmt schon. Aber wenn der Kurs dann wirklich eine schöne ABC in dieser Richtung macht, dann haben wir eine gute Voraussetzung, dass das Ganze hier weiter nach unten geht. Und das, nachdem wir eben eine insgesamtige Aufwärtsbewegung dann wackelig haben. Und dann werden auch solche Tiefs, werden vielleicht der Trennkanal, werden vielleicht diese Marken, schöne Trigger für die Short-Seite. Das heißt, um dann eben nochmal zu wechseln. Ob eben das wackelig runterkommt oder das steile runterkommt, das weiß ich auch nicht. Ja, muss das denn auf jeden Fall passieren? Nein, es gibt nämlich noch eine dritte Variante. Die dritte Variante ist, er steigt jetzt hier einfach weiter. Und zwar möglichst noch impulsiv. Dann wissen wir aber auch, dass das hier als Widerstand, diese Zone, die wir da festgelegt haben, oder auch dieses Zwischentief, was wir da jetzt hier vorne ausmachen können, dass das offensichtlich die Marktteilnehmer nicht motiviert, ein bisschen langsamer zu tun, sondern das würde bedeuten, ja, wir glauben an den Bullenmarkt. Das ist ein starkes Zeichen. Und dann hat man die Möglichkeit, eigentlich mit jeder wackeligen Abwärtsbewegung nochmal zumindest im Kleinen reinzukommen und bei den größeren Abwärtsbewegungen dann eben nochmal ein bisschen das größere Bild zu spielen. Stichwort hier Fibonacci. Wenn dieser Rücksetzer klein ist, also deutlich weniger als nur 38%, dann ist das sicherlich nur für einen kleinen weiteren Anstieg erstmal realistisch nachvollziehbar, ist der Rücksetzer dann entsprechend größer, so diese 38-61 Achtermarke. Dann wären das natürlich Trigger für die Fortsetzung dann nochmal im Großen als Überlegung. Jetzt in diesem speziellen Fall ist es noch ein bisschen fraglich, weil wir hatten hier eine erste Bewegung, eine zweite, wenn wir hier eine dritte, dann kann das die vierte sein. Dann ist das zwar ein gutes Zeichen für die Fortsetzung, aber dann eben vielleicht ein bisschen begrenzter. Aber das ist jetzt ein Luxusproblem. Wir reden auf jeden Fall dann erstmal von weiter steigenden Kursen und nicht von der Abwärtsseite. Gucken wir mal beim Nasdaq, wollen wir mal hier ganz extrem gehen, denn der Verlauf ist ja anders, da haben wir in den letzten Tagen häufiger mal drüber gesprochen, dass das nicht ganz vergleichbar ist. Aber auch hier sehen wir, dass das die starke Seite ist und dass das hier die vermeintlich schwache Seite ist hier. Da seht ihr schon mal, also nur wenn man diese Seiten vergleicht, hat man schon eine große Idee, wo die Power im Markt ist. Die ist scheinbar nach oben. Und wenn wir dann zwischen hochmarken, das mag eine enge sein, das mag eine weitere sein, wenn wir diese durchstoßen, vielleicht sieht man es auch im Kleinen, dass hier auch schon eine ABC ist, wobei fairerweise muss ich dazu sagen, den fand ich nicht so attraktiv, weil der intern hier auf dem ersten Teilstück mir nicht impulsiv genug war. Aber das Prinzip ist das gleiche, dann eben in diese Trendfortsetzung. Also der Nasdaq-Index hat das Ganze offensichtlich aktuell schon vollzogen und macht ja einen ganz guten Eindruck. Und könnte damit jetzt sogar dieses ja eher vorsichtig herantasten nach unten. Wir sehen das an den vielen Rücksetzern, ja, aber auch den vielen Gegenbewegungen, die immer wieder in diese alten Zonen reinreichen. Das ist ein korrektives Bild. Das ist abwärts korrektiv. Das heißt, vielleicht ist das jetzt der Hoffnungsschimmer für vor und insbesondere nach dem Wochenende, dass es nämlich eigentlich die Bullenrichtung ist, die noch weiter gilt. Denn jetzt haben wir wieder das starke Bild nach oben, das schwache nur nach unten. Wenn das wieder so passiert, dann sieht das weiter nach bullischer Bewegung aus. Also gar nicht die schlechtesten Voraussetzungen aktuell, die wir da im Markt haben, dass es eben noch weiter nach oben geht. Also wir damit die alten Hochs hier nochmal rausnehmen können und bald auf Allzeithochbewegung wieder unterwegs sind. Wie nachhaltig das ist, wie weit das dann noch tatsächlich reicht, das ist dann auf ein anderes Blatt geschrieben. Aber im Moment freut man sich ja erstmal, wenn man ein gutes Stück der Bewegung mitnehmen kann. Das heißt, da ein Teilstück eben nochmal für sich realisiert. Jetzt wollen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Bitcoins werfen. Und das passt zwar eigentlich gar nicht in dieses Marktumfeld, aber trotz alledem, um euch einfach dieses Verhaltensmuster nochmal zu zeigen und eben auch zu zeigen, dass das auch bei Kryptos beispielsweise funktioniert, dass es da immer wieder dieses fünfwellige Verhalten gibt, diese Bewegung. Dann hat man eine A, B, C als Gegenbewegung. Dann gibt es nochmal wieder eine starke Abwärtsbewegung als Fortsetzung. Also das ist immer wieder das Gleiche, dass wir auch hier das nochmal haben. Hier hatten wir wieder eine dreiwellige Bewegung. Es ist zwar nicht die erste dreiwellige, trotzdem erst nochmal die Fortsetzung. Aber ihr wisst das, wenn es nicht die erste, also wenn das nicht die erste ist, sprich das nicht die erste Korrektur. Ne, war es ja nicht. Wir hatten hier schon eine. Folgt zwar nochmal die Fortsetzung, aber eben dann häufig eine verkürztere. Also dann kann man nicht eins zu eins da rechnen. Ihr erinnert euch sicherlich, ich habe das immer wieder angebracht. So, und dann seht ihr das hier. Wenn das eine Abwärtsbewegung ist, ist es. So, dann haben wir hier eine Gegenbewegung, wir haben hier eine Gegenbewegung. Das heißt überschneidend. Das heißt, wir haben eine gute Chance, dass das korrektiv ist. Wenn das korrektiv ist, muss das gegen den Trend sein. Das hieße, dass vorher die starke Richtung nach oben, jawohl, starke Richtung nach oben. Das heißt, wenn dann solche Zwischenhochs durchstoßen werden, ist das ein Zeichen, dass es dann eben noch weiter geht. Zielmarken mindestens mal das hier. Und da sind wir schon gut auf dem Weg. Also insofern hat der Kurs sich da das schon mal erfüllt. Das kann auch noch ein gutes Stück weiter gehen. Wie weit ist tatsächlich irgendwann dann mal fraglich? Ich sage jetzt mal so, wir haben tatsächlich die Chance, die 50k noch mal anzuknacken hier. Und dann werden wir sehen, ob das Ganze tatsächlich so eine 1, 2, 3, 4, 5 wird hier in dem Sinne. So als Beispiel. Das wäre schon mal ein sehr starkes Zeichen, wenn es dann auch nach nächstes nur noch wackelig runter käme. Ja, dann ist erst mal sehr, sehr viel Power nach oben noch mal möglich. Aber das hängt noch von dieser Bewegung ab. Noch ist es auch denkbar, dass wir als Schließend das bekommen. Und dann wird auf einmal das Abwärtsbild doch noch mal wieder ganz relevant. Aber da wollen wir noch nicht unten rufen. Im Moment sind wir auf der Aufwärtsrichtung. Wie gesagt, das alte Hoch hier, dieses Zwischenhoch, was wir da haben, zu überschreiten. Übersteigen die 50k. Vielleicht auch noch ein paar 50k hier zu erreichen. Also ein bisschen höher ist da auf jeden Fall noch mal drin. Die bullische Seite scheint auf jeden Fall nach wie vor zu beherrschen oder den Markt zu beherrschen. Das sehen wir eben auch an solchen Abwärtsbewegungen. Ihr seht, das ist das gleiche Bild, wie es was ich argumentativ zumindest mal bei den Indizes gebracht habe. Das ist also universal. Das ist nicht jetzt auf einzelne Märkte nur, sondern generell eine Idee. So, soweit erst mal das Bild dazu. Ich wünsche euch jetzt erst mal viel Spaß heute noch mal an den Märkten. Vielleicht werdet ihr an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel im Born for Trading, ja noch einen Beitrag von mir bekommen. Ansonsten euch einen wunderschönen Nachmittag, ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!